So Leute, nach, äh, langer Wartezeit, sag ich mal, kommt jetzt wieder SimCity, ähm, jetzt auf meinem neuen Rechner, das ist die erste Aufnahmesession, auf meinem neuen Rechner, ich hoffe es geht einigermaßen, ich hoffe es ist nicht, das sieht komisch aus da hinten, ich habe die Einstellung noch nicht wirklich vorgenommen, äh, das sieht man auch, ähm, das werde ich jetzt mit euch mal zusammen machen, Einstellungen, Licht, Niedrig, Texturen, hoch, okay. Ja, ein bisschen besser, aber nicht viel, sieht immer noch in die Ferne sehr, sehr skurril aus, dafür sieht die Stadt selber besser aus, würden wir gerne wieder in die Schule gehen, haben wir überhaupt eine Schule, Bildung, dann geht doch in die Schule. Das, das, das muss ich nicht verstehen, warum? Ähm, ist ja auch relativ egal. So, ähm, gut. Ja, äh, Black Seal, unsere Stadt, Veranstaltung. Noch einer am Laufen. Erstmal wieder in unsere Gewöhnungsposition setzen. Uns gefallen die hohen Steuern nicht, uns geht es gut, zu verkaufen, uns geht es gut, uns gefallen die hohen Steuern, was haben wir denn für Steuern? Was ist denn, oh. 11, 11, 11 ist doch in Ordnung. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ihr habt doch alles hier, was ihr haben könntet, wolltet, tunet. Nein. Gut, dann sag mir bitte nicht, dass du das französische Alkohol irgendwo löst. Hast du ein Glück, dass ich gerade nicht weiß, welches Haus du genau bist. Hier kommen anscheinend keine Schulbusse hin. Was ich ziemlich schade finde. Die muss ich wahrscheinlich hier hinten mit anschließen. Weil die hier anscheinend nicht drüber hinweg fahren. Das ist ziemlich doof, finde. Aber, okay, warte mal. Die Straße geht hier, hier, und dann hier ist der kleine Anschluss, genau. Die Parallelstraße, ah ja, ich finde mich langsam, da kommen sie doch. Die Schulbusse. Gut, ich finde mich so langsam wieder in das Spiel ein. Ich habe jetzt auch länger nicht aufgenommen, sag ich mal. Ja, gibt es hier eigentlich noch irgendwas Großartiges zu tun? Ich wollte, glaube ich, noch eine weitere Spezialisierung. Was hast du denn? Lagerfall. Geschlossen, Lagerfall. Oh Gott. Lokale Ruhrerzlegung ein. Weltmarktlieferung verwalten. Export. Okay. Hallo? Kriegst du das nicht hin, oder was? Sind das zu wenig Transporter, oder was? Ne, Transporter ist das höchste. Hm. Hm. Keine Ahnung. Wird schon funktionieren. Was haben wir? Hier haben wir noch, ähm, das Brandenburger Tor gebaut. Was auch ordentlich Profit bringt. Wie man hier gut sieht. Oh ja. Brandenburger Tor, Kölner Dom. Na, wo sind wir? Genau, in Italien. Ähm. Gut. Das ignorieren wir mal. Kultur. Hohe Nachfrage, was? Bei den Touristen. Es wollen mehr Touristen in die Stadt kommen, als dass die Transportpille derzeit bewältigen können. Es müssen öffentliche Transportmöglichkeiten hinzugefügt oder ausgebaut werden, um mehr Touristen befördern zu können. Äh, was? So, Arc de Triomphe. Frankreich. Nein. 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 Im Global Theater kann man auch, ähm, gut, äh, Geld verdienen, sag ich mal. Aber aus deutscher Sicht haben wir hier, glaub ich, Dänemark. Oslo. Pisa. Schiefe Tunger Pisa. Nein. Nein. Hm. Nee. Oder? Nee. Japan. Nee. Aus deutscher Sicht scheinen wir hier nichts mehr zu haben. Haben wir eigentlich Andachten? Haben wir eine Kirche? Ja, haben wir eine. Wunderbar. Ähm. Vielleicht können wir doch noch irgendwie ein Wahrzeichen, äh, zusammenkauern. In Brüssel. Ja, ich war in Brüssel. Sollte ja, wenn dann schon hier irgendwo eine Ecke sein. Nee, nicht da rein. Könnten wir es natürlich hier vorne dann irgendwo hinballern. Nee. Häuser möchte ich dafür keine, würde es um ihn platt machen. Ach, guck mal an. Das geht natürlich auch. Das da dann hinzuballern. Aber davon, es fehlt uns Simoleons. Und wenn ich noch könnte, ich gehe mal davon aus. Ja, ein. Wir könnten ein weiterer vertragen. Finde ich jetzt. Hier für Brüssel. Oder Eifel. Ich will keinen Eifelturm. Empire State Building. Ist das nicht... Gehaut gegangen. War das nicht Twin Tower? Geladia. Global Theater. Hochklassige Touristenattraktion. Mittlere. Noch hochklassige. Wie groß ist denn das? Das ist ja winzig. Das kann man sogar noch hier hinballern. Ja, dann haben wir hier einen Global Theater. Das sind unsere drei coolen Leute. Ach, so ein Stadion wäre natürlich geil. Aber es ist viel zu groß. Andachten. Können wir noch irgendwo eine Kirche hinbauen. Oh, hier war in Brüssel. Das habe ich da von oben. Oh, hier war in Brüssel. Das sind zwei. Solche ballern hier noch eine hin. Das finde ich auch hier gerne so. Machen wir hier noch eine Kirche hin. Für die Gläubigen. In der Mitte. Noch ein paar Gläubige. Wie happy sind denn meine Leute? Warum? Die Steuern bringen uns um. Die Steuern bringen uns um. Die Steuern sind zu hoch. Wir gehen ein. Was bist denn du? Oh. Ja, aber die Reichen mal hier ein bisschen vergünstigen. Ja, ja. Rote Zahlen kommen. Ich habe noch so viel Asche. Das kann gar nicht schief gehen. So, hier passiert nichts. Großartiges. Was? Haben wir genug? Okay, Moment. Gucken wir mal in die Stadt durch. Was sagst du denn? Was brauchen wir denn? Steuern für die oberen EKS zu hoch. Oh, hier waren wir viel. Besser. Mangel an Arbeit. Alter. Feuer. Strom. Ja, für deine Kraft. Wasser. Wir haben genug. Das ist in Ordnung. Ein Rathausmodul verfügbar. Ja, komm. Die haben wir alle. Müllensorgung haben wir. Feuer. Ist in Ordnung. Gesundheit. Ein Toter pro Tag ist in Ordnung. Brechen im vollen Gang. Brechen pro Tag. Wo haben wir denn? Da haben wir eine Polizeiwache. Okay. Und hier haben wir eine Polizeiwache. Jo. Da haben wir eine Polizeiwache. Alter, wie in die Polizeiwache haben wir denn bitte hier? Bildung und Gesellschaft. Ähm. Da haben wir hier so eine kleine. Was hast du hier für Probleme? Wie viele Keime hier rumschirren? Ja, würde mir stinken, wenn ich du wäre. Neonschleim in. Was macht denn hier eine Industrie teil? What the fuck? Gut. Moment. Wo haben wir denn hier? Bevölkerungskarte. Da sind meine ganz viele. Das finde ich auch sehr gut. Ja, die Bevölkerung ist halt noch nicht so hoch. Noch nicht. Noch nicht. Wo sind denn die ganzen Touristen? Da sind eine Menge Touris. Da sind eine Menge Touris. Da sind nicht ganz so viele Touris. Kommt die hier überhaupt mit dem Ding weg? Da ist ein Straßenmann-Teilwoch. Ja. Straßenmann-Haltestelle. Perfekt. Busbahnhof. Bei der Arbeit. Okay. Gucken wir uns da mal unsere öffentlichen Verkehrsmittel an. Das sieht nicht so gut aus. Nicht auf drei, auf zwei. Das ist dann zwar nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Das sieht nicht gut aus. So. Straßenbahn. Sieben Minuten. Okay. Hier. 46 Minuten. Das ist auch noch okay. Züge. Ach du Scheiße. Boote. Joa. Ist auch noch. Und Flughafen haben wir gar keinen. Aber wir können hier bestimmt irgendwas abreißen. Nein. Nichts abzureißen. Walter. Ist immer noch nicht genug. Ist immer noch nicht genug. Also. Klingt auch nicht so positiv. Höher wird's auch nicht. Okay. Hier sind immer noch mehr Tudis als gestern. Das hat... Macht Geld. Das... Ein Stück im Global Theater. Für morgen. Ja. Das ist nicht so erfolgreich, das Teil hier. Das gibt richtig Aschereien. Das gibt... Oh, Aschereien. Das ist...